Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 11. Oktober Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Johannes 6, Vers 68 und 69 Es gibt ein lustiges Bild von dem Maler Wilhelm Busch. Da sieht man einen jener Touristen, wie sie haufenweise heute durch die ganze Welt reisen. Er wandert daher und schaut konzentriert durch ein Fernglas, und dabei steht der Vers. Warum sollte ich nicht beim Gehen, spricht er in die Ferne sehen. Schön ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso. Lächelte wohl der Malerdichter, als er dies zu Papier brachte? Ich glaube nicht, denn er wollte etwas Ernstes aussagen. Er spricht von der Tragik des Herzens, das denkt, ja, wenn ich nach Griechenland oder Afrika reisen könnte, wäre ich glücklich. Aber dann stellt es sich heraus, man hat seine Friedlosigkeit, seine Unruhe, seinen Hunger nach Leben in die Ferne mitgeschleppt. Und nun schaut man nach dem Nächsten aus. Wenn ich dort wäre, wenn ich jenes hätte. Ergreifend heißt es im Schubertlied, dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück. Wohin sollen wir gehen, fragt Petrus den Herrn Jesus. Er meint, wohin sollen wir gehen, dass wir an ein Ziel kommen, dass wir Frieden finden, dass wir das Leben wirklich haben. Wohin sollen wir gehen? Und während er das fragt, schaut er den Herrn Jesus an. Und da gibt er selber die Antwort, du, mein Heiland, bist das Ziel. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist der, nach dem mein Herz immer verlangte. Herr Stegen sagt, wer dich hat, ist still und satt. Wer dir kann im Geist anhangen, darf nichts mehr verlangen. Da braucht man nicht mehr mit dem Fernrohr nach Besserem auszuschauen. Wir danken dir, Herr, dass wir dich finden können. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. ? Was ist das, was du weil? Auch lecture ist, ähnliche Musik. Warum?